Ja, horch einmal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3, wie immer auf Fränkisch. Ich habe noch gesehen, ich habe lauter Fälligkeitenpunkte. Ja, die muss ich doch mal vergeben. Schauen wir mal, ob irgendwas Neues hier aufgedacht hat. Das habe ich alles schon, ne? Das ist gut. Da könnte ich jetzt loslegen. Deckdown und Verstecken, da machen wir jetzt das mal. Ja, lernen wir mal. Und das nachladen. Okay, drücke F um den Standard-Tag dann. Halte danach, schnell danach S. Ja, okay. Das werde ich nie machen. Halte R gedrückt, um deine Waffe beim Sprinten nachzudauen. Na gut, dann machen wir das auch mal. Was haben wir hier? Schneller schwimmen. Doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen. Weiß ich nicht. Das ist ja alles voll gespammt in meinem Inventar. Ich werfe mich auf einen Gegner. Naja, da werfe ich mich mal auf einen Gegner. Okay. Und, und. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie es geht. Verdammt. Tutorial. Tutorial. Ansehen. Bringe dich überall entgegen der Sonnenposition, dass er entsprechend zu wohl erscheint. Springe mit Leer auf ihn, um ihn schnell auszuschalten. Fünffach XP. Ja, dann machen wir das hier auch noch. Komm. Dem stabilen. Länger. Und so. Gut. Du, ah. Laude Musik da. Da war er jetzt der Gegner. Soll ich den nochmal ausschalten? Mach einen Schuss, verdammt nochmal. Was passiert, wenn ich den ausschalte? Ja, ist das hier Punkt oder was, äh, Oberbader? Oh, ist das heiß. Oder nicht? Was ist denn das hier? Da ist doch nichts. Hm. Der Gestank ist eh nicht zum aushalten. Da liegt schon ein Tode. Also Gott, jetzt, dann versuchen wir halt immer da hinten rum zu gelangen. Da so. Nüber irgendwie. Den können wir dich jetzt ja mal ausschalten, ne? Da soll ich ja auch irgendwie anscheinend hin, ne? Was passiert, wenn ich den jetzt so einfach ausschalte? Wo konnte ich nochmal die Missionsdetails lesen? Ne, da nicht. Äh. Hier irgendwo? Mission Neustatten. Ne. Was muss ich denn tun? Oh, da stand irgendwas. Nähere dich dem Lager. Okay. Langsam wird es langweilig. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Okay. Oh. Meine Fresse! Ah! Oh! Mist. Okay. Kann ich hier ranzoomen? Oh, das kann ja. Ich seh lieber mal nach. Mach mal. Kann ich da nicht irgendwie ums Eck? Keine Panik. Da ist bestimmt nicht. Da ist eine Leiche. Nichts Mann. Sicher wieder so eine Verarsche von den Rebellen. Kein Ruflöser. So, was muss ich jetzt tun? Ich habe nicht aufgepasst. Töte den Lageraufseher und nehme den Gefängensschlüssel ab. Okay, das heißt ich muss mich jetzt da wirklich durchabweiden. Okay. Aber den Alarm habe ich jetzt schon mal ausgeschalten. Wo ist der nächste? Da drüben. Da ist einer drin. Nein, das nicht. Alles wird tun. Alles wird tun. Vorhin war das da aber noch einer drin. Ich könnte jetzt einfach tot schießen. Der kommt Bock. Aber da drüben ist noch ein Dings. Dann muss ich jetzt ein wenig aufpassen, glaube ich. Okay, auf den könnte ich doch mal von oben drauf plumpsen. Das könnte ich jetzt gleich mal probieren. Ob da was geht. Ob das Blödsinn ist. Mann, für fünffache XP, da tue ich doch alles. Das ist mir alles zu verrückt hier. Und das will was heißen. Okay. Ah, das wollte ich nicht. Du wolltest plündern. Genau. Gib mir mal meine Waffe wieder. Gut. Okay. Sind hier Leute drin? Wenn ja, müsste ich sie mal kurzzeitig hier aus dem Weg räumen. Da drüben, den könnte ich jetzt auch mal ausschalten. Okay. Dann könnte ich doch den da auch mal schnell ausschalten. Und den da oben vielleicht auch noch. Da hätte ich ja quasi nur noch die. Ich trau mich jetzt aber irgendwie nicht. Die alle ja ab und weg zu snipern. Oder trau ich mich? Wahrscheinlich trau ich mich. Ich trau mich! Ich trau mich. Ich trau mich! Ich trau mich. Hörst du auch auf den Alarm auszulösen? Nee, ich bin überhaupt nicht dran. Höhle? Bist du in die Höhle? Au. Bin nicht. Na da ist er. Okay. Ha 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 ha. Hab dich. Okay. Was ist das? Wo ist die Kisse? Hier. Was ist das? Was ist das? Egal. Aha. Schlüssel. Also wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? In der Höhle. Nachdem ich da nicht rein darf. Kokain. Nimm's. Nimm's. Ach du Scheiße. Scheiße. Kenn ich den? Wenn ich dich finde, bist du... Was? Hä? Was? Hä? 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 Ich hier. Warum hab ich eigentlich... Ah doch, ich hab ja eine normale Waffe rein. Okay. 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 Jetzt gehen wir da langsamer was hier rein. Okay. Ah. Das checke ich lieber. Scheiße. Noch mehr von denen? Oh. 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 Okay. Okay. Kein Problem. Ich mach euch alle fertig. So viele können ja gar nicht mehr sein. Schrei doch nicht so. Unglaublich. Du kannst ja nicht... Wenn du jetzt so rumschreist, dann hörst... Komm. Na. Haltet mal eure Augen offen. Nehmen wir mal lieber den. Highlander. Ihr rennt zum Gefängnis. Treibt ihn aus der Abwehr ist alles sauber. Du wahrscheinlich wirst... Den flöff ich mir vor! Lass mich doch gar nix sehen. Das hat mir jetzt gut geschmeckt. Das hast du ganz fein gemacht. Dass du dich selbst in die Luft gesprengt hast. So. Schuhe da ne. Lisa. Heilige Scheiße. Wer kommt denn da noch? Ich muss doch mal hier in Ruhe alles plündern dürfen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir da... Oh, ein Medipack. Okay. Kött. Wenn ihr noch... Koks. Der Mann mit dem Koks ist da. Ah. Ist ja gut hier. Erstmal müssen wir hier rein. Kann man hier irgendwas? Nö. Gar nix. Okay. Oh. Hier. Okay. 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 Oh. 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 Was ist going on hier? Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Bitte. Nein. Wie ist das hier? Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad. Ich will die Pause. Es war sehr schön. Und jetzt mach es nochmal. Nein. Mit mehr Emotionen. Du kannst was doch machen. Na los. Nein. So wahr. Die Brody Jungs haben gerade den Funkraum... Benjamin. Benny. Ben. Ben. Ich... Ich drehe hier einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idiotenschwätzchen... Nein. Nicht. So fluch. Okay. Wir sind... In Gesellschaft einer echten Dame. Fick dich. Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Jetzt verpiss dich von hier. Verschwende. Riesenarschloch. Sei doch mal ruhig, du blöder Tiger. Tränen gut, mach weiter. Oh! Jetzt... Ja, macht weiter. Oder ist das jetzt der gleiche wieder? Nein. Bitte. Nein. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Ach, das ist das. Nein. Ich will, dass du sagst Mom, Dad. Mom, Dad. Ich liebe euch. Mom, Dad, ich will nach Hause. Es war sehr schön. Was? Wo bist du? Du kannst es doch an. Ach, nicht schon wieder. Ach komm. Far Cry vorbei, oder was? Jetzt bin ich endgültig gefangen. Oh, der lässt er mich jetzt noch einmal laufen. Oh. Du hast keine Tattoos. Das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Okay. Fick dich. Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir dann? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir. Was? Was? Wer verfickt nochmal? Ist der Wichtiger? Die oder ich! Ich oder die! Als ob, echt, als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Cidra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Shh, 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 shh. Ist okay. Hey, nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Nein, doch nicht jetzt, ein Anruf! Ich muss eine brechen. So, wieder da. Ich hoffe, das geht jetzt weiter. Nein. Oh, warte, ich muss was tun. Okay. Puh! Ich will irgendwas tun. Nein. Nein. Was, wenn ich mir Zeit lassen möchte? Oh. Reimdruck. Hab verstanden. Einfach durch. Einfach durch. Oh. Was für Rohre? Auf. Was für Rohre? Ah. Ah. Das Feuer ist überall. Wir mit. Lisa, ich stehe die Tür. Ich komme. Äh, wie? Oh. Mission gescheitert. What? Warum? Was? Ich hatte doch noch... Verstehe ich nicht. Warum ist sie mit... Oh nein, das Gebäude schlussdrecherin. Ich muss auf die Rohre schießen. Okay, kommt durch jetzt hier. Das Feuer ist überall. Okay. Ach, ich weiß, warum es gescheitert ist. Hier. Ich bin wahrscheinlich gestorben. Oder? Das andere gibt ja keinen Sinn. Ah, hier durch. Na? Lisa, ich stehe die Tür. Ich komme. Ah. Weh. Weh, 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 weh. Okay. Hilfe! Jason! Ja, ich komme gleich. Keine Sorge! Es kommt Nier! Nicht da lang. Auf keinen Fall da lang. Warten, warten, warten. Jetzt, go. Okay. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Ja, komm. Junge! Na, komm! Na, du? Ah, hier. Hilfe! Jason! Ganz ursprünglich! Ich hab mir das geschafft! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Halt still! Lisa! Lisa! Wir haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts zu tun! Ja, was? Ich hab dich! Wir können gehen! Weißt du, wer du bist? Bist du meine Freundin? Lisa! Lisa! Ich hab ne Idee! Hab ich? Okay. Wenn ich ne Idee hab, warum läuft sie dann vor? Oh! Oh nein! Das kann ich nicht! Das ist der einzige Weg runter! Komm schon! Oh! Oh mein Gott! Dort sind wir alle blöd! Alles in Ordnung? Ich glaub schon! Da drüben, der Wagen! Er ist im Freien! Den hol ich mir! Holt euch das Fahrzeug! Lisa, du fährst! Was? Fahr! Okay! Oh Gott, muss ich schießen? Er springt nicht an! Hopp! Los jetzt, Jason! Fahr, Lisa! Oh, wow! Hast du die Explosion gesehen? Welche Explosion? Uh! Dumm, dumm Geschoss! Was ist da hinzlos? Yeah! Ja, du machst das schon! Ja, du machst das schon! Die schießen auf uns! Was machst du denn? Du schießt auf die, Jason! Ja, was heißt? Zumwenz! Nicht zurückartig! Du bist keine Hilfe! Ich schieß immer daneben! Ich schieß immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Ja! Ach, ey, blöde Zicke! Ja, deswegen brauchst du jetzt nicht gleich halten! Zehn von zwei! Zehn von zwei! Dann fahr du doch! Zicke, zicke. Warum habe ich jetzt keine Rüstung mehr? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Keine Straße geht nicht. Sag mehr, Sie wollen? Multicill. Ja, fährst du aber? Geht so auf der Motor aus. Nein, abgesoffen. Dreht den Schlüssel. Tritt auf die Kupplung. Ich? Welches Pedal ist das? Lisa! Sie sind vor uns. Jason, vor uns. Alles klar, ich hab's jetzt. Los, los, los. Der Bahn. Charpentine! Charpentine! Was? Oh, 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 oh. Ja, ist jetzt gut. Ist doch jetzt gut. Ja, da mach. Nee, da hast du. Ob jetzt, fahr doch. Wart, fährst du langsam. Gott, wie redest du? Pfui. Komm, und jetzt... Bäh. Hältst du fast drauf gehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Alicia, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Ja, worst date ever. Würde ich aber auch mal sagen. Die Schnecke muss man mal abschießen, wenn das mal date war. Also ja nicht auszuhalten, wie die Autofeld. Sie sagten, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ja, super. Ich mein, gut, rein optisch jetzt. Ne? Schon eine Schnecke. So, Höhle unter dem Haus. Fähigkeitenpunkt. Habe ich mal was Neues jetzt freigeschalten? Wieder nicht. Da auch nicht. Dürf ich da mal? Ne, beendet mich nicht um. Da habe ich auch nichts freigeschalten. Ja, super. Dann schwimme ich jetzt halt schnell. Ich habe immer noch einen. Ja, dann tue ich jetzt einfach auch noch. Gut. Ja, Fackel, 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 brennen. So, da. Da bestimmt. Höhle unter dem Haus. Oder? Ah, der Punkt wird aber nicht hier angezeigt. Der Punkt wird... Achso, doch, hier. Hm, sind wir doch. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Daisy, es tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder. Der fehlt. Okay, ich seh mich mal um. Ja. Catfight. Oder irgendwas anderes. Gut, gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon. Glaub mir. Okay. Darf ich da irgendwas gelesen? Da kann ich doch jetzt hier... Ich will nicht drüber sprechen. Eat me. Kann ich das? Hallo? Kann ich nicht. Ich dachte, da kann man jetzt so eine Pille essen. Das garantiere ich Ihnen. Und dann gibt es so ein Flashback. Okay, da soll ich irgendwas hier... Da. Ja, genau. Da muss ich jetzt wieder rein. Da sind bestimmt wieder irgendwelche... Schneeleopardentiger... Elefanten... Äh... Haie. Was war immer... Muss ich jetzt... Oh! Kann ich denn da? Dann gehe ich immer hoch. Ah! Wenn ich da hochgehen kann, dann mache ich es auch. Jetzt kann ich wieder runtergehen, oder was? Das ist ja toll. Okay. Ähm... Nein. Oh! Hier ein geheimer Gang. Ja, komm. Geh den entlang. Toller geheimer Gang. Ja. Na, da liegt doch was. War das jetzt hier Einführungs- ins erste Mal schwimmen, oder was? Ein leeres Feuerzeugner, da bin ich ja. Das ist das Kaminrohresblatt. Jetzt kann ich irgendwas... Ah, erweiterte irgendwas. Aha. Aber... Was? Erweiterte Wahrnehmung? Oder was? Dann stellt sich doch mal her. Ja, das da hin. Kann ich denn... Warte mal, gehen wir mal zurück. Habe ich denn Medizin? Ah ja. Hersteller. Was ist das? Erforschung. Tiefsee-Taucher. Aha! Blaues Blatt und grünes Blatt. Ja, das muss ich doch mal erwähnen. Also, das war jetzt schon... Warte mal, Herstellung. Ich muss jetzt nochmal gucken. Das ist ja schon ein permanent... Ach nee. Okay. Vergiss es. Alles uninteressant. Will ich gar nicht lernen. Schon relativiert. Kann ich jetzt die Pille nehmen? Ich muss die Pille nehmen. Nimm die Pille. Okay. Okay. Vielleicht kann man das erst zum späteren Zeitpunkt... Hey. Habt ihr was? Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast. Kannst du ihn auch anbauen? Yeah. Klar, die Logik. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite dir die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Warum hustest du? Vielleicht sprichst du nochmal mit Lisa, bevor du gehst. Oh ja. Voll Bock drauf. Beschäftigt bleiben. Ja, also Lisa, komm. Jede Nacht träum ich von Hollywood. Und wach hier auf. Du bist... Nenn nicht immer eine Nacht hier. Zeit, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Wir hätten sie beinahe nicht überlebt, weil du so scheiße gefahren bist. Ich muss mir einmal... Wie hab ich eigentlich nichts? Darf ich die erschießen? Ach, ich kann hier nicht schießen. Verdammt. Jetzt kann ich die Pille nehmen. Jetzt geht was ab. Also gut. Schauen wir mal. Jetzt kommt die Erinnerungspille. Da bin ich jetzt aber gespannt. Und wahrscheinlich wieder mit einem Content-ID-Treffer, weil... Naja. Jetzt wüscht es. Jetzt ziehen wir es durch. Aber es war nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Wo war Colby, bitte? Das war das Beste. Er hatte sich verdrückt für eine Nummer. Und die alte Rittin so wild, dass er ohnmächtig vorliegt. Oh Gott, ich hasse euch. Fiek, Mann, bring mich echt ins Grüne. Ja, klar. Und du das nächste Gras... Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück. Hey, holst du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Ey, du Sack, ich bezahle die Hunde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Na gut, ich geb dir Geld. Gib mir das Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute. Will noch einer Geld haben? Pole! Nee, danke, Schatz. Pole! Ja, was ist denn los? Ach, ich dürfte sogar spielen. Geh für deine Leute. Nö, möchte ich nicht. Oh, Stacey Lee, wie ist es sehen? Die Freundin deines tollen Bruders, Grant. Stacey Lee ist in Maine aufgewachsen, bevor sie in Los Angeles zur Schule ging. Sie ist Profi-Schwimmerin. Fragt sich nur, ob ihr das hilft, lebend von der Insel zu kommen. Da hast du recht. Lisa Snow. Deine Freundin Lisa Snow. Präsidentin des Schul... Oh Gott, des Studentenrats der USRA. Aufstrebende Hollywood-Schauspielerin. Aha. Ein paar Verwarnungen wegen Falschparken, sonst nichts. Das solltest du mich ihr vorstellen. Wir würden uns verstehen. Ja. Falschparken. Zu Recht. Was? Monte Negro. Er ist nicht gerade der Weihnachtsmann. Habe ich seine Drogensucht erwähnt? Und deine Freunde hat er auch. Okay, toll. Was hab ich mich jetzt schon wieder für Waffe? Aha. Das war dieser komische Granatwerfer da. Koldenlilie. Mhm. Und was hab ich da eingesammelt? Äh, Relikt. Wahnsinn. Neue Anleitung. Brandpfeile. Oh, hey. Moment. Diep-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja, schön. Oh, 8. Lass mich mal vorbei. Unfreundliche Menschen. Also gut, dann holen wir jetzt halt den Drink. Oh, mein Gott. Vergiss Bier. Was trinkt man hier in Bangkok? Den Mai Tai. Vergiss es. Ich nehm Sambuka-Shots. 5, 6, 7. Frauenprobleme? Was sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirbst du nicht mit ihr? Ich bring kurze. Also das, genau das, brauche ich jetzt. Dann rein mit den kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlabern, nicht schlabern. Schluck, 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 schluck. Danke, Baby. Oh, shit. Auf meinen Bruder Riley und seinen Pilotenschein. Mhm. Wo, wo zur Hölle ist der kleine Scheißer? Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Aber das war jetzt hier so eine Szene, die ich nachspielen habe dürfen. Die war ja toll. Das war jetzt quasi schon das bisherige Highlight in dem Spiel. Oh, Gott. Oh, Droge. Einen kleinen Trip geworfen. Ja, bin ich bis dahinter gekommen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.